Parashvara Ardha Padmasana ist die Seitbeuge aus dem halben Lotussitz. Nimm Ardha Padmasana, den halben Lotus, ein, gib die linke Hand auf den Boden, beim Einhaben hebe den rechten Arm hoch und beim Aushaben geh zur Seite. Du kannst dabei entweder die Stellung ein paar Atemzüge lang halten oder wechselnd nach links und rechts gehen. Das nimmt die Spannungen aus den Muskeln um die Zwischenwirbelgelenke und dehnt auch die Rippen und lässt dich leichter in die Meditationshaltung kommen. Du kannst auch die Hände falten über dem Kopf, damit hast du Urdhva Baddha Hasta Ardha Padmasana und gehe mal nach rechts und gehe mal nach links und auch hier dehnst du Parashvara die Seiten. Vielen Dank.